In Call of the Vault, die Engler kamen ein neues Riesen-Update raus. Neben einigen Spiel- und Multiplayer-Verbesserungen, gab's acht neue Fische im Golden Ritch Reserve. Darunter der Grasparsch, Orit- oder auch Cutthroat-Forelle, Bachsaibling oder, besonders cool, Tigerhechte und Schaufelstör. Die Wasserqualität wurde ebenfalls deutlich verbessert und Geld bekommt ihr jetzt für jeden einzelnen Fisch. Außerdem seht ihr am Gesichtsausdruck eures Charakters, wie gut der Fisch ist. What the f...